Yo Leute, was gab's? Ich komme zu einem neuen Video von mir. Und heute spende ich das allererste Mal so ein Video, wo ich random Streamer, was heißt random Streamer? Streamer, die ich kenne, Minecraft Streamer, spende ich random Geld. Und das entscheidet alles hier. Google. Kann man ganz schön fragen, wie es Google überhaupt geht heute. Okay, Google. Hi, wie kann ich dir helfen? Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Die Winterspiele haben angefangen und ich bin bereit, dich über deine Lieblingssportarten auf dem Laufenden zu halten. Frag mich doch einfach mal, wer führt die Medaillenwertung bei den Winterspielen an? Mach ich nicht. Okay. Ich kann bei vielen Leuten, kann ich mit PayPal nicht spenden, ja. Zum Beispiel bei, ich glaube bei Wichtiger, bei Ryan Cole und bei Kenji, kann ich nicht mit PayPal spenden. Oder, kann man nur mit Wichtiger spenden? Hier. Und ich kann ihn nicht mit PayPal spenden. Yo, okay, yo, what the fuck. 916 Euro. Okay, ja, okay, wir spenden jetzt mal. Wir können nicht mehr spenden. Äh, Donation. Let's go. Ähm, ja, wie soll ich spenden? Das muss jetzt natürlich nicht ich entscheiden, sondern es entscheidet, äh, Google. Mit einer Zahl zwischen 1 und 200. Äh, da bin ich mal gespannt. Okay, Google. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 200. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich spenden muss. 15. 15. Ähm, seht ihr das? 15. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das seht. Ich kann gerade gar nicht abschätzen. Gut, damit zahlen wir 15, äh, 15, ja. Aber was, was, was schreiben wir denn? Äh, Amount 15. Was schreiben wir denn? Ähm, Must, Nice, Videos, Kevin, Ähm, Kenji, Digga. Hast 100k verdient, Kusspray. Ja, das ist ja so. Macht uns Videos, Kenji, hast 100k verdient, Kusspray. Jo, machen wir auch. Und dann sehen wir uns gleich, nachdem wir erst spendet haben. Macht, let's go, schauen wir mal. Ja. Oh mein Gott, warte, 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 warte. Warte, warte. Lucky! Ich dachte mir deine 15 Euro. Ey, danke dir. Ey, danke. Junge, wie lange geht denn dieser... Machst Nice, Videos, Kenji, hast 100k verdient. Kusspray. Ey, ich danke dir, Lucky. Jo. Ey, danke für deine 15 Euro, Bro. Ey, danke. Hä? Ey, wirklich. Big Kiss? Ey, danke. Danke. Ey, 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 danke, Bro. Äh, warum ist, warum ist... 2000 Jahre später. Oh mein Gott, Leute. Ich hasse mein Leben. Ich hasse einfach grad mein Leben. Ich habe grad noch zwei anderen netten Streamern Geld gespendet. Aber ich hab nicht aufgenommen. Gut. Ich spende aber jetzt nochmal, na ihr, 4 Euro, wie ich es vorhin gemacht hab. Ähm, weil einfach, egal, ich hab welches, weil ich jetzt eine andere nicht... Ich spende ja immer nochmal 4 Euro. Komm, Digga, na ihr. Komm, Digga, ein bisschen Ehre, Mann, ich spende ja nochmal 4 Euro. So. Wo bin ich? Bin ich überhaupt drauf? Ich bin nicht überhaupt drauf, Digga. Ich spende ja nochmal 4 Euro, Digga. Ich bin einfach krass, Digga, ich spende einfach nochmal 4 Euro. Lucky, YouTube. Hier nochmal für dich, 4 Euro, Bre. Ähm, nochmal. Deine Reaktion davor war auch viel cool, ne? Die war so cool. Ich wollte, ich wollte... Spannend ist mal. Ey. Hab ich dich im Scheiß gedohnen wollt? Hier nochmal für dich, 4 Euro, DRE. Lucky, nochmal Ehre für die Donation. Aber was hast du mit deinem... Was hast du dir jetzt gekauft, wenn du sagst, das hast du übrig? Hast du dir irgendwas gekauft oder hab ich das gedohnen wollt, was du geschrieben hast im Chat? Dann wollen wir mal, bis sie zurückkommt und wir können jetzt schon mal gucken, wie viel er bekommt von uns. Sagt mir der Zahl zwischen 1 und 100. Ähm, äh, 200, 200, 200, 200, 200. Oh, ja, hat noch regressiert, 200. Ha. Oh. 7 Euro an Space mit X. Ah, ja doch. Lass dir es schmecken. Doppelpunkt, Klammer auf. Okay, schauen wir mal. Junge, Copyright Sound-Terminalgrund. Nach dem... Ich hab noch nie... Wer würde eher... Na gut... Lucky. Ein Glücksfluss, Twin. Danke, Lucky. Und... Leiner. War das jetzt wegen mir, oder... Ich hab keine Ahnung, was das für ein Glücksrad ist, Digga. Ähm... Wait a minute. Das sind's denn Liga-Stütze, oder? Hm. Das, was wir das... Oh mein Gott. Das wird Schatz-Sense, oder? Hm. Das wird nochmal ne Runde Just Dance. Habt ihr vorhin schon? Ja. Ja. Da sind zwei Püxel, glaub ich, drauf, oder? Ja. Das ist weiß. Guck mal. Obwohl, es ist blau. Oder? Egal. Ein Monat Remium, gönnt euch. Und ne Runde Just Dance gleich. Uro Talks. Bist du cool? Bist du cool? YouTube. Schauen wir mal. Er ist cool. Er ist cool. Let's go, Digga. Den spenden wir auch mal was. Was schön ist. Oh. Okay. Minimum ein Euro. Ha. Okay. Sag mal, die Zahl zwischen 1 und 2... Äh, zwischen 255. Ne, warte mal. Sprachen lernen. Bubble. Ähm. Hier ist eine Zufallszahl. 2. Digga, ich wollte eigentlich irgendwie heute die 50 Euro den Nations raushauen. Die sagen 2. 3. 3. Kenne dich. War nett. Aber, ähm. Soll ich sagen, wirkst sympathisch? Wirkst sympathisch? Ja, ne? Ja, doch. Soll ich sagen, wirkst sympathisch... Äh, kenne ich zwar nicht, aber wirkst sympathisch... Wird das sympathisch so geschrieben? Sympathisch. Daher hier 2 Euro. Klingt so und so nichts, Digga. Aber gut. Ich hab mir jetzt 2 Euro mit PayPal gespendet, Digga. Oh, okay, jetzt. Was? Was war jetzt denn los? Digga. Sonst kommt nie irgendwie was. Und plötzlich alles auf einmal. Und Pepo Satte ist dann richtig leise geworden. Wait. Jetzt muss ich kurz mal... Ich muss ganz kurz die Donation erst anschauen. Die kam als erstes rein. Ähm, so. Alter, was war jetzt denn los? Ähm, vielen, vielen Dank. Äh, hier. Lucky YouTube. Lucky YouTube. Vielen, vielen Dank für die 2 Euro. Dankeschön für die 2 Euro. Wie alle so krank? Für 2 Euro. Oh, das hab ich jetzt grad auf die TTS nicht gesehen. Leute, die Dancing Cow ist am Start. Junge, so ein geiles Lied. Falls ihr das nicht kennt, das ist so dieses Dancing Meme Cow Meme. Genau. Genau. Ja. Oh, Digga. Hä? So, jetzt. Kenn dich zwar nett, aber wirkst sympathisch. Daher hier 2 Euro. Lucky YouTube. Vielen, vielen Dank. Für da hier 2 Euro. Und hoffentlich kennst du mich jetzt. Ich bin der Typ, der Stream Elements nicht offen hat. Wenn du mal die Donations bekommt, ne? Wo dein Mod, falls ein Mod mal aktiv ist, würdest du dann auch schicken. Ist das wirklich Top 1 der, der Gommelspieler? Mal schauen. Das Bad von Team Gabe ist hier schon weg. Leiste Wizard ist hier ohne Bad. Der gute Cheater. Da wollte er noch ganz seine Cheaters ausmachen, aber dann wurde er runtergelegt. Sehr nice. Den haben wir dauernd. Mal gucken. Wix Digga-Fan. Also da hier das ist. Das ist das. Okay, ja. Ich würde auch gerne mal wirklich einen, jemanden, jemanden haben, der wirklich... Wer ist denn Fuchseblow oder wer, wer ist sie? Oh, ist das Mädchen? Hier ist gar nichts. Oh, da kommt ein Zombie. Kennt man sie? Ähm, egal. Schauen wir mal. Ich spende den erstmal. Wie kann man denn hier spenden? Äh, ja. Spenden. Wichtiger. Sagt mir eine Zahl zwischen 1 und 200. Hier ist eine Zufallszahl. Ich spende ihm mehr als nah ihr. Oh mein Gott, Digga. Ähm, gönn dir zwei Döner. Oh, ja. Das ist, glaube ich, etwas Passendes. Okay, ich habe bezahlt. Schauen wir mal, wie er reagiert. Krass, oder? Was ist ein Zufall. Das ist so dumm. Oha, Lucky. Gönn dir zwei Döner. Kuss. Oha, Digga. Vielen Dank. Ich danke dir für den Support. Insane. Vielen Dank, Mann. Danke für die neue Ordination. Ich gönne mir echt zwei Döner. Danke, Mann. Wirklich. Vielen lieben Dank. Jo. Ähm, ich hätte jetzt mit einer anderen Reaktion gerechnet. Viel Kills. Lass dich sehen. Weil ich dachte, der hat irgendwie neun... Flachpfeife. Ich dachte, der hat irgendwie neunhundert Euro gespendet, Digga. Wer hat denn da reagiert? Aber neun Euro. Oh mein Gott, nein. Ja, neun Euro sind auch schon mal neun Euro, ne? Deswegen, ja. Digga, warum tun die alle sowas, als wären die mich kennen oder so? Aber nee. Trotzdem, ja, ich habe ich, Digga, Grüße gehen raus an dich. Ich wusste gar nicht, dass er so sympathisch ist, Digga. Ja, bis dann wohl... Doch, doch. Doch, bis... Doch. Ist schon nice, wenn er checkt, den bitte ab. Abonniert ihn. Und er macht auch nice micro-videos. Wir gehen zum nächsten. Aber es gibt keinen nächsten. Kein Minecraft, die wir streamen. DJen. Egal, komm. Keiner streamt. Wir gehen jetzt los. Let's go, Digga. Let's go. Wer ist das? Kann ich ihn? Ich weiß nicht, wer das ist. Let's go. Was? Ja, wie hat euch heute wieder der Kochstream gefallen, Jungs? Digga, mein Bein juckt so. Digga, was? Okay, Leute, es ist gerade 12.07 Uhr und Ryan streamt endlich. Ich habe gestern von 3 Uhr bis 5 Uhr das Video bearbeitet, was ihr gerade schon die ganze Zeit gesehen habt. Ah, Digga, ich bin auch erst aufgestanden. Also das Video, was ihr gerade die ganze Zeit geschaut habt, habe ich gestern von 3 Uhr bis 5 Uhr bearbeitet. Und jetzt geht es weiter mit den nächsten Teilen. Handy wieder da. Google wieder da. Ryan streamt. Und let's go. Ich habe noch nie Ryan irgendwie gesehen, als jemand Ryan gespendet hat. Da können wir jetzt auch in der Nation Link klicken. Vielleicht haben wir da irgendwas. Kenji mit 30 Euro. Lul. Okay, dann spenden wir auch mal. Mein Name ist Digga, Digga. Und schauen wir mal. Okay, Google. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 200. Hier ist eine Zufallszahl. 25. Also, 25 Euro, Digga, gönne ich ihm von Herzen, Digga. Ich hätte auch 500 Euro spenden sollen. Ich spende erst mal 25 Euro, weil er einfach ein Ehrenmann ist. Aber das Summe ist, ich weiß bei Ryan wirklich nicht, was ich schreiben soll. Was soll ich bei Ryan schreiben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe es in Partei wieder falsch geschrieben. Ja, das passt, oder? Ich würde sagen, das passt. Ich hoffe, Ryan hat Spenden an. Ich habe es gespendet. Big King Tom. Tim, das hast du mit Absicht gemacht. Oh, war mal kurz. Lucky, danke. Yo. Yo, Lucky, vielen Dank für die Donation. Insane. Ich habe erst so zwei gelesen. Da schon so. Alter, nice. Danke. Und dann hätte ich da so noch eine Fünfinze. Krank. Ey, vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Freue mich, dass der Content dir gefällt. Key Crazy in den Chat bitte für Lucky. Ehrenmann. Okay, so, jetzt bin ich bei dir, Big King Tom. Was wird gespielt? Der macht richtig, richtig krass. Wie ist er, er hat sich auch die 500 Euro verdient, ne? Mindestens. Vor dieser Name. 2.600. Das Ding spenden wir jetzt mal dazu. Und, oh. Also, eigentlich wollte ich das wirklich. Ich weiß, Ukraine kann man unterstützen, aber ich... Ähm. What? Aber ich will, ja. Genau. Lucky YouTube. 3 Euro. So. Schick auf die Sie. Du kriegst... Du kriegst Fuß... Ja, komm, warte. Ja, ich... Ich habe hier 100 Tigarinos. In diesem Stream einfach mehr als im ganzen Dezember gemacht. Aber sogar, diga. Da kommt meine 2 Euro Donau JZ ein bisschen schlecht. Das stimmt. Lucky, da ist einfach die 3 Tigarinos Kusel raus. Danke, danke. Jo, jetzt. Ich hätte auch ein bisschen außerhalb des Videos, aber trotzdem. Geh jetzt einfach. Wirklich. Einfach wirklich. Yo. Moin, ja. Einfach Teil meiner Kindheit, dergadam muss ich einfach. Ähm, nochmal. Da sind wir wieder auf. Okay. Juffi meinte noch vor dem Stream, weil ich zu spät bin, dass sie sich jetzt Dingens anguckt. Da, wann es streamt. Oh boy. Lucky, Junge. Mach mal ein bisschen was von mir. Hast dir alles verdient. Ich muss echt die Schrift nochmal deutlich erkennbarer machen. Lucky, vielen Dank, Mann. Er haut einfach nochmal, du hast hier raus. Oh Mann. Lucky, hast du überhaupt schon mal... Ach doch, du hast den Streamcheck geschrieben wegen Dingens damals. Wegen dem Server hatte ich dich ja gefragt. Ich wollte gerade sagen, ich schreibe dir nur über Donations wieder. Ey, vielen Dank. Vielen Dank. Ehre. Schreib deine Donations. Ich wusste nicht, wie sein Gesicht aussieht. Ich wusste, wie andere sagen von dem aussehenden Kappa. Bruh. Oh Mann. Mr. Klima, nächstes Mal. Junge. Ich habe keinen Plan, was ich schreiben soll, aber gönn dir mit den 8 Euro zwei Döner. Zwei Döner werden sich gegönnt, Mr. Lucky. Vielen, vielen Dank nochmal. Döner ist unterwegs. Hey, heute vielleicht zum Mittagessen. Ich weiß noch nicht genau. Mal gucken, mal gucken. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Döner mal geschrieben haben zu spät. Ist jedes Mal so zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Manchmal starte ich einfach schon den... Wann endlich Placement mit Milka. Anscheinend habe ich momentan Placement mit Lucky von der Bezahlung hier, Kappa. Danke für die Donation, Lucky. Placement mit Milka wäre insane, aber... Ich glaube, da bin ich noch zu irre geworden für. Und The White Hacker, danke schön für den Follower. Ähm. Aber... Junge, mein ganzer Schreib ist jetzt vollgesümmelt jetzt. Oh. Was ist das? Noch 25 Tage, bis Randy MC schließt. Eine Folge Lucky Race muss sein. Hast du hier im Lotto gewonnen, Lucky, oder was? Loll, hast du eigentlich Lucky wegen Lucky Race? Äh, ich werde auf jeden Fall noch eine Runde Lucky Race spielen. Keine Sorge, keine Sorge. Wir zocken. Ich weiß noch nicht wann. Morgen oder übermorgen oder so vielleicht mal. Mal sehen, weil ich glaube... Nice. ...offstream kriegt man keine Runde voll, oder? Aber wir werden auf jeden Fall noch mal Lucky Race spielen, bevor der Server schließt. Wir haben jetzt zum Glück noch bis nächsten Monat Zeit. Das ist zehn Monate halt, ne? Krank. Okay, meine letzte Donation. Ich hoffe mal... Oh. Man muss gucken, wo sieht man das Board? Ja, ist aber kein Camp. Yo, danke für die Donation. Na gut, meine letzte Donut erst mal für heute. Dankeschön. Vielen Dank für den Support Lucky. Okay, jetzt Kickflip. First time. Oh. Oh Gott, Alter, fast gestorben. Na gut, Leute, das war's mit mir. Ich hab jetzt mal natürlich ein bisschen mehr gespielt, aber auch einfach nur Wale einfach. Ne? Muss man nix sagen. Das ist einfach der... Das ist der Krassen, Leute. Wenn ich weitere Videos davon sehen will, schreibt gerne was in die Kommentare. Schreibt mir jetzt an. Habt mein Merch. Werdet Mitglied. Danke.